Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir sind hier auf dem Hauptaccount und heute wollen wir jetzt mal kein Spiel machen. Wir wollen auch noch nicht alles verkaufen, wie schon angekündigt. Ich habe mir gedacht, wir gucken jetzt nochmal ganz schnell, welche Team of the Season Spieler wir denn noch nicht gespielt haben, von denen die wir aktuell besitzen. Und ja, dann werden wir daraus nochmal schnell was bauen, um die nochmal zu testen. Und ja, gucken wir mal. Also das Hauptteam, da haben wir komplett jeden schon gespielt. Gabi genauso. Motta haben wir noch nicht gespielt. Raphael auch nicht. Diesen Torwart auch nicht. Den stören wir hier auch nicht. Snyderlen haben wir. Choluka, Gignac. Choluka auch nicht. Ich glaube, da machen wir auf jeden Fall mal was in dieser Episode um Raphael. Der sieht eigentlich relativ interessant aus. Und ja, ich glaube, um den machen wir einfach mal was. Also neue Mannschaft erstellen. Ich glaube, das ist dann Team of the Season 7 oder sowas. Äh, komm. Na, da. Team of the Season. So, jetzt müssen wir mal eins nach vorne. Und dann machen wir hier die 7. Und Team selbst bauen. Ja, da müssen wir mal gucken. Was machen wir da am besten mit ihm? Ich würde ja sagen, er ist Mittelstürmer. Es gibt eigentlich nur eine richtige Formation mit Mittelstürmer. Man könnte natürlich auch diese 4-2-3-1 machen. Diese nicht. Die hier eher. Da ist der ZOM eigentlich auch wie Mittelstürmer. Ich weiß gar nicht. Kann der Raphael passen? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Äh. Joa, 78er Passwert. Also passen kann er schon. Das Problem ist hier bei nur, da müssen wir schon wieder ganz schön viel Bundesliga machen. Wie mir das ausschaut. Ziemlich viel sogar. Hm. Wie könnte man denn da vorne drinnen spielen lassen? Ich meine, hier könnte man natürlich dann auch Volland spielen lassen. Das wäre dann rechter Flügel. Volland. So, aber ansonsten. Ja, hier könnte Gustavo hin. Haben wir den vielleicht sogar? Ne, sieht mir nicht so aus. Oder er ist ZM. Gucken wir nochmal. ZM. Doch, da ist er tatsächlich. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber da ist Gustavo. Und hier hinten in der IV. Ja, da bräuchte man schon einen Brasilianer. Ich meine, da gibt es ja gute in der Bundesliga. So, dann hätte er hier noch den Brasilianer Link. Dann bräuchte er auf jeden Fall da oben aber noch einen grünen Link. Wenn er zu der Seite nicht mehr linkt. Hier könnte ich mir halt sowas vorstellen mit dem Jesse. Den wollten wir ja sowieso mal spielen. Da müsste man natürlich mal gucken. Ich habe eigentlich keinen Bock auf Xabi Alonso zum Beispiel. Vielleicht könnten wir da auch ZM so einen wie Gabi reinsetzen. Der jetzt natürlich nicht unbedingt ein ZDM ist. Auch nicht unbedingt der Größte ist. Ist natürlich nicht ganz so hübsch. So, hier könnte man dann prinzipiell. Ja, Ramos könnte man natürlich da rein machen. Links Verteidiger haben wir vielleicht auch noch einen am Start. Ne, haben wir leider nicht. Obwohl, sind ja alles Spanier. Können wir eigentlich auch Aspilicueta rein machen. Aber das reicht dem Jesse nicht. Der hat ja keinen perfekten Link. Scheiße. Mit Ramon, äh, mit, ähm, hier. Wie heißt er? Xabi Alonso würde es gehen. Weil da würde der Jesse ja einen perfekten Link bekommen. Aber so klappt das nicht so ganz. Hm. Muss ich nochmal überlegen. So, hier dann eventuell. Ja. Na gut. Wenn wir da einen Stürmer eh noch Bundesliga hin machen, kann ich hier eigentlich auch Piszczek hinstellen. Hier Piszczek. So. Und hier vorne würde dann eventuell ja eh noch ein deutscher Stürmer reinkommen. Aber was für einer. Ramos? Ne. Würde auch nicht passen. Ich glaube, der Dings braucht ja jetzt, ja genau, der braucht ja dann auch noch einen grünen Link. Ich würde sagen, hier vielleicht mal Dante testen. Ich meine, ich habe ihn zwar schon getestet und da fand ich ihn ganz und gar nicht pralle. Aber vielleicht sollte ich ihn einfach nochmal testen. Ich glaube, die Seite hier mache ich erst nochmal weg. Ich habe irgendwie dann doch nicht so viel Lust auf Spanien in der Formation. Dann nehme ich lieber eine andere, wo ich nicht ganz so viel machen muss. Mit Spanien. Vielleicht, ja, Danni ist natürlich auch eine Möglichkeit, hier ins linke Mittelfeld zu stellen. Aber das ist auch wieder scheiße, weil so einen richtigen ZDM haben die ja auch nicht, oder? Danni kurz hier hin. Ja, dann müsste ich hier schon wieder Grishito machen. Hier Witze. Und wen stellst du dann hier hin? Da brauchst du dann auch wieder so einen Buketti oder sowas. Das ist auch kacke. Ah, ist immer eklig sowas. Wollen wir erst nochmal aus der Mannschaft raus? Hm, hm, hm. Ich würde sagen, ich kaufe erstmal kurz den lieben Herrn Dante. Ja, den teste ich jetzt einfach nochmal, den Dante. Weil gegen mich ist er echt immer so biestig. Und bei mir war der, naja, ganz und gar nicht so pralle. Aber ich teste das einfach nochmal. Dante, hier ist er. Dürfte ja nicht allzu viel kosten. Gucken wir mal. So, 1-3. Vielleicht auch mehr, keine Ahnung. Müssen wir gucken. Dann kauft man Dante und für einen Sturm, ja scheiße, für einen Sturm müssen wir dann gucken. Es gibt aber auch keinen rechten Mittelfeldspieler aus Brasilien, glaube ich, bei uns. Nee, Bundesliga hat allgemein ziemlich wenig Brasilianer. Da hätten wir nur noch, ja, wir könnten natürlich Raphael in den Sturm stellen und für Mino-Mittelsturm oder sowas. Aber habe ich ehrlich gesagt auch keinen Bock drauf. Ich will einen richtigen Stürmer da vorne drin haben. So, Dante, 1900. So, gehen wir mal 1900. Komm, push dich. Aber ich glaube, bei dem packe ich mal Shadow drauf. Ja, gucken wir mal hier direkt mit Shadow. So, wo ist die Shadow-Karte? Da ist sie. Gibt es wahrscheinlich jetzt noch keinen für. Oder? Na? Nee. Das hätte mich auch gewundert. Machen wir so 2200. Wahrscheinlich auch nicht. Müssen wir vielleicht noch ein bisschen höher gehen. So auf 2500, 2600. Komm, zeig mal einen an jetzt hier. Nee, immer noch nicht. 3000 vielleicht. Ja, da kommt dann jetzt was. So, zwei Stück. 3000 und 2900. Und der hier ist auch besser. Also nehmen wir den. So, 2900 für Dante. Und dann müssen wir mal gucken. Gustavo steht. Ja, Piszczek ist eigentlich auch in Ordnung. Ja, ich muss mal gucken. Das ist ein bisschen schwer. Also mir geht es jetzt. Ach, vielleicht. Ah, genau. Das könnten wir eventuell machen. Genau. Was ich jetzt hier gerade labere, werdet ihr gleich sehen. So, dann könnten wir nämlich eventuell hier noch hinstellen. Den lieben Herrn Motta. Weil den haben wir nämlich auch noch nicht gespielt. Dann wäre der jetzt auch noch gleich untergebracht. Und linkes Mittelfeld dann halt Lavecci. Hier müsste ich Thiago Silva noch reinholen. Hier müsste ich dann mal gucken. Ja, genau. Dann brauchte Raphael noch nicht mal einen perfekten Link. Dann müsste ich mal gucken. Aber hier ein Deutscher vorne rein ist auch scheiße. Hm. Hier den Posten könnte ich dann natürlich nochmal austauschen. Erstmal hier Dante rein. Also Dante würde dann hier stehen. So, wo ist er? Da ist Dante. So, und Dante wäre jetzt auch schon glücklich. Also der bräuchte nicht mehr. Das ist ja schon mal ganz hübsch. Und jetzt könnte hier natürlich Thiago Silva hin. Ja, Linksverteidiger ist natürlich immer so Abfuck in der französischen Liga. Hier dann der Ezekiel. Aber ich überlege gerade. Thiago Silva linkt ja eh überall hin. Ja, trotzdem muss ich da einen französischen Liga-Verteidiger reinmachen. Außer ich werde jetzt hier italienisch dann noch dazu. Hier mit Scharavi und Balotelli davor. Haben wir nicht Balotelli sowieso noch in Form? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Aber nee, scheiße. Oder doch? Nee, wenn ich jetzt hier noch den Thiago Silva reinmache. Hat er drei tote Links. Nee, das reicht leider nicht ganz. Ganz scheiße. Wir bräuchten auf dem rechten Mittelfeld dann noch. Aber da gibt es doch den Herrmann. Das wäre zwar eine übelste Chemie-Hure. Aber ich glaube, dann würde meine Idee aufgehen. Hier Thiago Silva. Scharavi würde hier den perfekten Link bekommen. Plus einen normalen. Würde zwei Tote wegmachen. Ich glaube, das würde sogar klar gehen, was ich da gerade in meinem Kopf vorhabe. Ja, doch. Das müsste eigentlich klappen. Das testen wir jetzt einfach mal. Aber doch. Das müsste klappen. Gucken wir mal. Ich hole mir jetzt erstmal den Thiago Silva ins Boot. Den haben wir ja noch auf der Bank rumsitzen. Den haben wir ja irgendwann mal gezogen. Nicht auf der Bank, sondern auf der Trade Pile. Den haben wir ja gezogen. So, dann nehmen wir den nochmal mit. Und dann kaufen wir jetzt mal den Herrmann. Der war doch rechtes Mittelfeld, oder? Müsste eigentlich so gewesen sein. Herrmann, Herrmann. Ja, machen wir nochmal ein bisschen mehr. So. Ach, wird der mit Doppel-R geschrieben? Bin mir nicht ganz sicher. Ja, doch. Da ist er. Der Patrick. So, dann gucken wir mal. Ich glaube, der ist sogar glänzend. Und rechtes Mittelfeld. Ja. Passt sogar alles. Sehr schön. Ich glaube, eine andere Alternative gibt es da jetzt nicht. Rechtes Mittelfeld bräuchten wir aus der Bundesliga. Entweder Brasilianer oder von Gladbach. Und ich glaube, da gibt es dann keine andere Wahl. Außer den lieben Herrn Herrmann. Ich meine, der sieht ja jetzt gar nicht so schlecht aus. Sieht relativ solide aus. Und ja, deswegen nehmen wir den doch einfach mal mit hier für 800 oder so. Vielleicht nochmal so ein bisschen mit Dead Eye. Gibt es da vielleicht einen? Können wir ja mal reinschauen. So, Dead Eye. Ja. Gibt es einen einzigen. Und der ist zum Bieten. Ne, okay. Dann gebe ich ihm vielleicht selber mal Dead Eye. Haben wir extra welche gekauft. Stimmt ja. Habe ich ganz vergessen. So, 750 machen wir mal. Na. So, da ist der Patrick. Für 750 hier überall. Hier noch einer für 700. Frischer. Nehmen wir mit. Ab geht er. So. Und jetzt kaufen wir noch den Sharabi. Der ja auch sein 4-Sterne-Skill-Upgrade hat. Was ja auch ganz hübsch ist. So, gehen wir hier mal raus. So, Sharabi haben wir aber nicht, oder? Na ja, ich kaufe ihn jetzt einfach. Ich glaube nicht, dass wir ihn haben, aber es könnte natürlich gut sein. So, Stefan. Da ist er. Ich habe keine Ahnung, was er kostet. Suchen wir erstmal ohne Preisfilter. Na. Das dauert heute ein bisschen länger, aber ich meine, er findet ja im Endeffekt dann doch, was man sucht. Und deswegen geht das klar. So, 2-5, 2-5, 2-5. Dann gibt es bestimmt auch welche für 2-3 oder so. So, geh hoch, push dich. 2-3. Ja. Gibt es. So, linker Flügel alle. Dürfte aber gar nicht so schlimm sein. Alle für 2-3. Alle. Na, hier gibt es einen Chemistry-Style, aber als Architekt will ich ihn jetzt nicht unbedingt. Ich nehme ihn, glaube ich, einfach mal so mit. Und gucke dann selber, was ich ihm drauf packe. Ich nehme einfach mal hier so einen frischen mit. Obwohl, ja doch, komm. Nehmen wir mit hier für 2-3. Position kann ich auch selber umstellen. Müssen wir wahrscheinlich ähnlich machen, wegen Trainer. So, Shiravi. Und jetzt haben wir, glaube ich, alles, oder? Ah, Linksverteidiger. Genau, Linksverteidiger bin ich mir noch nicht sicher, wenn ich da hinstelle. Müssen wir vielleicht gleich nochmal gucken. So, mal gucken, ob meine Idee jetzt auch so richtig war. Ich bin mir da immer noch nicht so ganz sicher. So, also Thiago Silva hier hin. So, da ist er. Thiago Silva. So, wenn ich jetzt hier auf die Position den Herrmann stelle, dann ist eigentlich der Raphael froh. Weil er kriegt 3 gute Links und hat 3 tote Links. Das passt. So, jetzt stellen wir hier noch den lieben, na, hier den lieben Herrn Shiravi auf. Nein, nicht ein linker Stürmer, sondern ein linker Flügel. So, jetzt ist schon mal der Balotelli glücklich, weil er einen perfekten Link gibt. Der Motta ist noch nicht ganz glücklich. Thiago Silva ist prinzipiell schon glücklich, weil hier jetzt einfach noch einen aus der französischen Liga hin und gut ist die Sache. Oder natürlich. Ah, scheiße. Es gibt ja in der, ja, es gibt ja keinen ordentlichen Italiener hier. Ja, dann würde ich sagen, einen vom PSG hier hin. Und hier ins Tor kann man dann einfach Sirigu machen. So, Sirigu hier hin. Und dann hier auf die Linksverteidigerposition einfach noch den Herrn, äh, ja, mal gucken. Vielleicht haben wir ja sogar einen da. Nein, leider nicht. Oder? Nee. Hm, Klischee. Ach, Quatsch, was mache ich denn da? Ja, ich war gerade ein bisschen verwirrt. Ich war gerade bei Franzosen. Äh, ja, nee, da müssen wir schon einen aus der französischen Liga hin machen. Radu klappt leider Gottes nicht. Ah, weil die einfach keinen italienischen, äh, Linksverteidiger haben in der Serie A. Leider Gottes. Joa, gut. Okay, dann müssen wir einen vom PSG holen. Wen holen wir denn da mal? Dinier gibt's natürlich. Maxwell. Bedimo würde nicht klappen, weil der würde ja nur zwei normale Links bekommen. Aber jetzt erstmal so gucken hier. Ja, jetzt einfach hier einen Italiener. Nein, Quatsch. Jetzt habe ich eine neue Mannschaft erstellen gemacht. Ich wollte einfach den Trainer reinmachen. Da machen wir jetzt nämlich mal einen Italiener mit der Bundesliga rein. Haben wir wahrscheinlich aktuell keinen. Aber nehmen wir einfach mal den hier. Und geben dem jetzt nochmal die Bundesliga-Karte. Manager-Liga. Und da hätten wir hier die Bundesliga. So, jetzt müssen, glaube ich, sogar alle froh sein. Jap. Sehr schön. So, hier müsste jetzt nur noch einer rein. Irgendwer. Irgendwer. Ja, wen kaufe ich denn da jetzt am besten? Ich bin mir unentschlossen. Ah, ich gucke jetzt einfach nochmal ganz kurz hier in der französischen Liga. Vielleicht gibt es da auch noch irgendeine andere Auswahl. Vielleicht irgendeinen Brasilianer, der in irgendeinem anderen Team spielt. Aber ich glaube nicht. Machen wir einfach mal Qualität Gold. Linksverteidiger-Liga-Liga-Liga-Liga. Französische Erste Liga. Ja, dann suchen wir erstmal. Ja, Silber könnte man natürlich auch nehmen. Aber nee, komm, bleiben wir jetzt mal bei Gold. Haben wir jetzt schon alles Gold. Da brauchen wir jetzt nicht noch mit Silber anfangen. So. Ja, da gibt es halt, ja, eigentlich nur diese drei. Bedimo, Dinje und Maxwell. Und Bedimo fällt schon mal raus, weil der kriegt nur zwei normale Links. Und deswegen gibt es nur Dinje und Maxwell. Ja, ja, ganz gechillt da draußen, Kollege. Muss nicht immer so einen Dicken machen hier. So, ja, ich würde sagen, wir nehmen erstmal Dinje. Nehmen wir gleich den Inform. Weil ich bin mir nicht sicher, wie lange das Team bleibt. Und deswegen vielleicht doch erstmal die ganz normale Karte von ihm. Ich bin mir unentschlossen. Hm. Was kostet denn eigentlich, äh, der liebe Herr Dinje aktuell? Kostet bestimmt ein bisschen. Die PSG-Verteidiger sind irgendwie aktuell sowieso so teuer. Naja, ich gebe den jetzt einfach mal ein hier. So, dann wäre das Dinje. Digne, Digne. So, da ist er. Dann machen wir mal hier den Mindest-Sofortkaufpreisfilter ein bisschen höher. Und dann gucken wir mal nach, was er kosten soll. Ja, weil eigentlich will ich ja Karten verkaufen und nicht wieder kaufen. Und deswegen hätte ich jetzt vielleicht gesagt, wir nehmen erstmal die Non-Rare-Karte. Ich meine, wenn das Team mich jetzt gefickt hätte, dann hätte ich gesagt, ja, kann man ja noch mitnehmen. So, gab es auf jeden Fall was für 32 oder sowas. Gucken wir mal kurz. Ja, scheiß drauf. Dann nehmen wir den jetzt einfach nochmal mit. Aber wir können ihn ja dann eh wieder verkaufen. Deswegen passt das schon. So, 32K hier. Na, komm. Push dich. Danke. Okay, 32.5. Okay. Kein Ergebnis. Och Mann, jetzt hat er mir den Filter wieder rausgenommen. Gut, gehen wir jetzt mal auf 33. Da gab es auf jeden Fall was. So, 33.000. Bitte. Zeigen. Lukas. Ja, da kommt was. So, da hätten wir hier ein paar. 32, 32. 32 ist das günstigste. Ich würde ihn als Shadow nehmen. So Pace-Nubi, wie ich drauf bin. Und dann wäre er hier der günstigste. Der andere hat mehr Verträge. Hm. Oder ein Anker. Ne, ich nehme Shadow. Hier, 33K nehmen wir mit. Gut, ist die Sache. So. Und jetzt müsste aber alles stehen. Jetzt müssen alle glücklich sein. Und alle Positionen sind belegt. Und ja, alle freuen sich halt einfach. Und das ist doch das, was wir erreichen wollen hier. So, dann können wir jetzt nämlich nochmal zwei Team-of-the-Season-Spieler testen. Nämlich Raphael und Team-of-the-Season-Motta. Joa. Und dann haben wir auch echt schon fast alle getestet. Dann machen wir vielleicht nochmal was mit dem Russen-Duo da hinten. Ihr wisst schon, wen ich meine. Zeige ich euch gleich vielleicht nochmal. So, Linksverteidiger. Machen wir da jetzt nochmal ein Ding hier rein. Da ist er. So. Und jetzt sind auch alle froh. Hier seht ihr das nochmal. Alle volle Chemie. Und ja, dann haben wir dann doch nochmal ein Drei-Ligen-Hybrid gemacht. Sieht jetzt nicht so berauschend aus. Aber ist jetzt einfach mal spontan entstanden. Weil wenn ich ehrlich bin, eigentlich wollte ich was ganz anderes machen. Ah, vielleicht bauen wir das auch noch. Weil eigentlich war das auch relativ geil. Ja komm, bauen wir auch noch. Neue Mannschaft erstellen. So. Und dann gehen wir mal hier auf Team-of-the-Season-Lehrzeichen-8. So. Team selbst aufbauen. Und das ist jetzt wieder 4-4-1-1. Aber wir haben eben was in einer anderen Forma gebaut. Also ihr dürft nicht rumheulen. So. Mittelstürmer wird Raphael. Wie schon ihr euch wahrscheinlich denken könnt. So. ZM. Passt. Können wir hier schön den Herrn Luis Gustavo reinstecken. Äh. Linkes Mittelfeld hatte ich den Jesse Rodriguez. Oder Jesse. So. Was hatte ich noch? Muss ich erstmal überlegen. Achso. Genau. Ich glaube, das hatte ich so gemacht. Ne. Doch. Oder? Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Ich glaube, hier hatte ich John Luca. Ich wollte den, glaube ich, da mal testen. Hm. Die anderen Jungs habe ich, glaube ich, alle nicht. Die muss ich alle mal kaufen. Oh. Scheiße. Ey. Da muss ich schon wieder so viel kaufen. Ich will nicht. Ah. Vielleicht können wir hier. Genau. Hier können wir, ähm, Susaeta einstellen. Rechter Flügel. Susaeta. Genau. Das geht auf jeden Fall klar. Dann müssen wir nämlich doch nicht so viel kaufen. Dann kaufe ich hier, äh, mache ich hier noch Juan Fran hin. Eigentlich war nämlich hier geplant die Maria. Und hier dann, ähm, wie heißt er? Kavachal in Form. Aber das geht so auch klar. Deswegen machen wir es erstmal so. So. Linksverteidiger haben wir, glaube ich, auch nicht. Den müssen wir definitiv noch kaufen. Oder? Ja, doch leider. Gut. Äh, den ZM haben wir auch nicht. Den IV haben wir auch nicht. Den Torwart haben wir auch nicht. Okay. Dann kaufen wir jetzt nochmal kurz. So. Dann gehen wir jetzt hier erstmal auf den Transfermarkt. Und kaufen mal da hinten die Spieler. Wir brauchen nämlich noch Durica. Oder wie er heißt. Der Silber in Form. Äh, dann testen wir den nämlich auch nochmal. Und dann, ne. Duricic ist es nicht. Durica brauchen wir. Heiß, glaube ich, so. So, Durica, da ist er. Und dann gehen wir mal hier ein bisschen höher. Auf 10K oder sowas in die Richtung. Und dann gucken wir mal, was der so kosten soll. Habe ich nämlich aktuell keine Ahnung. So. Komm, such Junge. Komm, push dich. Danke. So, und was hätten wir da? Da hätten wir ein paar. 38. 35 hier. Ah, 35 finde ich aber in Ordnung für den. Hat schon ziemlich nice Werte. Nehmen wir einfach mit. So, Durica hätten wir dann auch. Für 35K sogar. Ich glaube, als Anker direkt. Ja, passt doch. Der hat natürlich schon abnormale Defense-Werte für einen Silberspieler. Und ja, deswegen relativ nice. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen noch eine Chemie-Hure. Das wäre nämlich unser Keeper. Und das wäre Jules Herm. Gehen wir nochmal hier so ein bisschen höher hoch. Jules Herm. Alter, wie viele gibt es denn, die so geschrieben werden? Okay, jetzt müsste er hier sein. Ganz genau ist er auch. So, und jetzt gehen wir hier mal auf 300 vielleicht. Ne, 350. Das ist nämlich non-rare. Ja, deswegen sage ich auch Chemie-Hure. Hä? What the fuck? Ja, den benutzen jetzt wahrscheinlich aktuell viele, um diese beiden Jungs da hinten noch zu verlinken. Keine Ahnung. Anders kann ich mir das nicht vorstellen, dass er 400 kostet. So, 7,990 nehmen wir uns hier einfach frisch mit. Gut ist die Sache. Jules Herm. Äh, Linksverteidiger habe ich mich entschieden für... Ich überlege gerade. Ich glaube, da teste ich mal wen anders. Ich wollte eigentlich, ähm, Marcelo hinstellen. Aber ich meine, Marcelo kennen wir ja eigentlich schon. Deswegen lassen wir es mal mit Marcelo und testen einfach mal Jordi Alba. Den habe ich, glaube ich, noch nie gespielt. In FIFA 14 jetzt. Und deswegen, warum nicht? Gucken wir erstmal, was der kosten soll. Das alte Pace-Monster. So, 3K rum anscheinend. Gucken wir mal. So, machen wir mal 2,9. 2900. Mach die Suche an, Kollege. Komm, push dich. Tachordi. Ja, ist natürlich Pace-ig drauf, der Junge, mit seinen 2,90. So, 2,9, 2,8 sehen wir da. Gehen wir mal auf 2,7. 2,7. Nee, okay. Müssen wir 2,8 auf jeden Fall bezahlen. Aber sollte ja jetzt nicht das große Problem sein. So, da wären alle auf Basic. Und hier nehmen wir den einfach mit 27 Verträgen mit. Warum nicht? Jordi Alba. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch einen Stürmer, ne? Ah, nee. Und noch einen ZM. Auch noch. So, Jordi Alba. Den ZM, ja, das ist eigentlich nicht so ganz meine Spielart, den ich jetzt da hinstelle. Aber, ja. Ich glaube, es ist besser als Firmino in Form. Ich werde nämlich auf die ZM-Position Thiego stellen. Und zwar den Wolfsburg-Thiego. Oder stelle ich Firmino hin? Nein, ich stelle Thiego hin. So, aber ich will den Wolfsburg-Thiego natürlich. Gut, da müssen wir jetzt mal gucken. Weil leider kann man ja, wenn man so sucht, dann nicht mehr einstellen, welcher Verein. So, 3.200. Aktuelles Gebot 3.500, okay. Hier 3.200. Okay, ist aber ZM, ja, okay. Ist mir jetzt nicht aufgefallen. 4.300. Ja, komm, suchen wir mal ZM. Oh, der ZOM reicht eigentlich mit Trainer. Ja, doch, reicht eigentlich. Gehen wir mal hier den Filter ein bisschen höher. So, auf zwei. Ah, das ist zu hoch. Das ist zu hoch. Da gab es schon zwei Sechse, habe ich gesehen. Gehen wir mal auf zwei Sechse. Komm. Ich habe einen gesehen, Kollege. Kannst du mir ruhig zeigen. So, ja, da sind wieder noch ein paar. Zwei Fünfe. Machen wir nochmal zwei runter hier. Zwei Viere. Na, komm, push dich. Und dann bräuchten wir nur noch einen Stürmer. Und dann sind wir auch schon wieder durch. So, was hätten wir da? Diego, das ist aber der Falsche. Den will ich nicht haben. Das ist nämlich der Atletico, Diego. Hier, den da von Wopp will ich haben. 2-4, 2-4 und alle vertragslos. Warum auch immer. So, komm. Hier, zeig mir nochmal einen mit Verträgen. Dann kaufe ich den jetzt einfach. Hallo. So, da ist einer. Und da ist noch einer. Als Architekt aber. Ja, vielleicht nehmen wir hier einen Architekt mit. Pass und Kopfball. ZOM. 2-4. Ach komm, scheiß drauf. Wir nehmen den einfach mit. Kein Bock jetzt weiter zu suchen. So. Und jetzt kaufen wir noch den Stürmer. Dann hätten wir aber auch alle für das zweite Team. Und ja, ich bin mal gespannt, wie sich das wieder spielen lassen wird. Also, ich bin mir ja noch nicht ganz so sicher. So. Und der Stürmer wird nämlich sein, der liebe Herr Diego Costa. Da werden wir uns allerdings erstmal die goldene Version holen. Weil ich will den erstmal testen. Beziehungsweise, ich will das Team erstmal testen. Das ist viel wichtiger. Ich meine, den Spieler ja auch. Aber vor allem das Team, wie es so zusammenspielt. Und wenn das wieder wie ein Stück Scheiße zusammenspielt. Dann brauche ich auch nicht den Inform kaufen. So, was soll der denn kosten hier? 5, 6, 5, 5. 5, 5, 5, 5. Gehen wir mal auf 5, 4. Na? Komm, Diego. Wie sieht es aus bei dir? Bist der letzte Spieler. Also, beweg dich jetzt auch nochmal ein bisschen, bitte. So, 5, 2. Ja, gehen wir vielleicht immer auf 5 runter. Oder 4, 9. 5. Ja, für 5 gibt es noch nichts. Für 5, 1. Ja, 5, 1 kommt was. Anscheinend um die Ecke. So, da gibt es sogar alles, was ich so haben will. Ja, jetzt ist nur die Frage, was nehme ich? Ich glaube, ich nehme einen Finisher. Ja, doch, nehmen wir einen Finisher. Und hier 28, 99 ist doch der Finisher gewesen, ne? Ja. Ja, nehmen wir einfach den hier mit. Gut, ist die Sache. Diego Costa. Und jetzt können wir das Team auch aufbauen. Und ja, dann hätten wir zwei Teams gebaut auf die Schnelle. So, gehen wir hier nochmal raus. Gehen wir hier nochmal raus. Ja, auch nochmal. Und jetzt gehen wir in die Mannschaft. So, aktive Mannschaft. Und dann wäre das nämlich so, dass wir in das Tor den lieben Herrn Jules Herm stellen, der irgendwo hier hinten rumpimmelt. Da ist er. So, hier kommt Durica hin. Oder Durica oder sonst irgendwas. Linksverteidiger wird Jordi Alba. Da ist er. So, ZM wird ein ZOM, aka Diego. Da ist er. Und vorne rein kommt dann noch der liebe Diego Costa. So, da ist er. Ja, so passt das alles. Jetzt nochmal hier vielleicht einen Spanier, der Bundesliga hat. Würde eigentlich am besten passen. Da haben wir einen Spanier. Müssten wir dem nur mal Bundesliga geben. Oder reicht das vielleicht schon? Nee, nicht ganz. Diego will noch Chemie haben. Ja, ich gebe dem einfach Bundesliga. Scheiß drauf. Wir haben doch eh so viel. So, komm, Bundesliga. Ja, Bundesliga. So, jetzt haben wir es. Jetzt müssten aber alle ihre volle Chemie haben. So, passt mir. Sehr schön. Alle volle Chemie. Ja, sieht auch so ganz interessant aus. Wieder was zum Testen hier. Diese drei Jungs halt. Die drei Team-of-the-Season-Spieler. Aber auch diesmal Jesse Rodriguez dann dabei. Oder Jesse. Vorne Diego Costa und Jordi Alba. Und ja, ich denke, das könnte auch ein ganz interessantes Team sein. Aber ja, wie es halt so oft ist. Erstmal spielen. Und dann können wir gucken, wie es sich denn so spielen lässt. Eigentlich sollte hier Di Maria hin. Und hier dann noch Cavajal. Aber, ach. Eigentlich schwach sind die jetzt auch noch zu kaufen. Vor allem, weil wir haben ja hier Dings Team-of-the-Season-Suicide da. Und deswegen passt das erstmal. Und den Hurenfragen haben wir ja auch noch. Und ja. Dem Raphael können wir vielleicht nochmal einen Finisher draufpacken. Wenn wir einen da haben. Haben wir wahrscheinlich nicht. Nee. Aber Deadeye haben wir da. Vielleicht auch ein Deadeye. Ich glaube, ich packe ihm ein Deadeye drauf. Ja, doch. Genau. Ich packe ihm ein Deadeye drauf. Gar nicht mal so schlecht als Mittelstürmer. Dass sein Pass auch nochmal ein bisschen gepusht wird. So. Aber ansonsten. Ah. Choluka. Hm. Habe ich leider, glaube ich, keine Karte für ihn aktuell. Lassen wir erstmal. Der ist 1,92. Und Durica ist 1,88. Okay. Groß sind die auf jeden Fall, die Jungs. Schauen wir mal, wie sie sich spielen lassen. Aber das wäre es dann jetzt eigentlich gewesen. Mit der ganzen Schose hier. Diese beiden Teams werden wir nochmal testen. Und ich glaube, danach wird es dann echt die Aufräumaktion geben. Ja, müsste eigentlich so sein. Also würde ich mal sagen, ja, das wäre es eigentlich gewesen. Also schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schreibt was in die Kommentare. Und kommt mal im Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Investor. Macht's gut. Ciao.